Hallo, ich wurde gefragt, ob ich ein paar Fragen zum Thema Busreisen unter Corona-Bedingungen beantworten würde. Das mache ich natürlich sehr gerne und ich starte auch direkt mit Frage 1, die dahin geht, ob man nicht mit Schnelltestverfahren an Menschen, die dann negativ getestet worden sind, nicht im Grunde auch wieder Gastronomie, Hotellerie oder Busreisen anbieten dürfte. Eine Forderung, die ich sehr gut oder eine Frage, die ich sehr gut nachvollziehen kann, weil das Thema mich auch schon seit einigen Monaten beschäftigt. Ich glaube, wir könnten es durchaus so einrichten, dass man hier mit ziemlicher Sicherheit es schafft, auch eine echte Alternative darzustellen, statt einfach zu sagen, wir müssen alles zumachen. Leider sieht das die Regierung, sieht das die Große Koalition anders in Berlin. Zeit also, dass es auch hier politische Veränderungen gibt, mit denen man das dann bewerkstelligen kann. Zweite Frage. Aus biologischer Sicht ist die Busreise eine durchaus sehr, sehr sichere Reise und wird aber trotzdem anders besteuert als Fahrten mit der Deutschen Bahn beispielsweise. Nun, da muss man zur Vorgeschichte fairerweise dazu sagen, dass die steuerlichen Privilegien für die Bahn eigentlich noch aus einer Zeit kamen, an die man heute vielleicht nicht mehr primär denkt. Das ging nämlich damals aus den Fridays-for-Future-Protesten hervor und den insgesamt der Frage, wie schaffen wir es, eine Mobilitätswende zu erreichen. Und daher stammen damals diese Privilegien für die Bahn. Ich glaube daran, dass es eigentlich richtig wäre, dass man hier auch das den Busreisen gibt. Haben wir auch damals von Seiten der FDP aus so gefordert. Ich denke, dass nun im Zweifelsfall dann nun Gerichte noch erwirken werden, dass auch Busreisen diese steuerlichen Vorzüge bekommen. Leider wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ich kann auch da an der Stelle sagen, wir Freien Demokraten fordern das von an Beginn mit dieser Debatte mit und kann auch sagen, dass wir uns in Zukunft weiterhin dafür einsetzen, dass hier auch Busreisen den gleichen steuerlichen Vorteil haben. Frage 3. Warum sind inzwischen wieder Reisen mit den Flugzeugen erlaubt und warum wird das Ganze nicht auch mit den Bussen so gemacht? Zumal man ja hier auch durchaus verständlicherweise ganz andere Rahmenbedingungen hat. Hier geht es nur darum, ein paar hundert Kilometer vielleicht an die Ostsee, an die Nordsee zu fahren oder in den alpinen Raum, aber halt eben nicht gleich über tausende Kilometer in ein anderes Land. Eigentlich erfahre ich sogar vielleicht auch im ersten Sinne auch gedacht eine sichere Reise. In der Tat ist es mir auch unverständlich, warum das nicht möglich ist. Wir haben als FDP-Bundestagsfraktion hier einen Sieben-Stufen-Plan vorgelegt, wie wir eigentlich Tourismus auch wieder in Deutschland zeitnah ermöglichen könnten. Leider wird das einfach alles wieder von Seiten der Großen Koalition in der Regierung vom Tisch gewischt, aber wir werden uns da weiterhin für einsetzen, dass es auch jetzt hier in Deutschland möglich sein wird, unter bestimmten, sehr vorsichtigen Bedingungen auch Tourismus wieder zu erlauben. Und dann, was ist noch meine Meinung zu den Inzidenzwerten? Das ist in der Tat ein deutlich schwierigeres Thema. Ich bin auch kein Virologe, ich bin auch kein Gesundheitspolitiker, das sage ich ganz klar. Ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt, kann aber sagen, dass ich von der aktuellen Ausgestaltung noch sehr wenig halte. Warum? Weil wir ganz andere Rahmenbedingungen haben als noch vor einem Jahr. Wir sind ja immer mit der Annahme davon ausgegangen, dass wir nicht unser Gesundheitssystem überlasten wollen, dass hier genug medizinische Kapazitäten da sind, um alle Menschen im Zweifelsfall, die Corona haben, auch zu behandeln. Und wir haben nach wie vor nicht den Punkt erreicht, dass wir hier an einem Überlastungspunkt sind. Ganz im Gegenteil, wir haben medizinische Kapazitäten ausgebaut, wir haben ganz andere Möglichkeiten durch Impfungen oder jetzt hier neuen Schnelltestverfahren, jedermann im Grunde darüber aufzuklären, ob er gerade Corona hat oder nicht, oder ihn auch vielleicht davor zu schützen. Und was man ja dazu sagen muss, es ist auch insgesamt eigentlich ein anderer Umgang inzwischen in der Gesellschaft mit dieser Krise da. Es hat sich doch sehr viel aufgeklärt. Es ist nicht sozusagen jeder Handschlag gleich ein Problem, sondern vor allem das, ja, das Dichte aneinander sitzen oder miteinander in Austausch sein. Und ich glaube, wenn man hier eine gewisse Vorsicht walten lässt, könnte man auch bei Inzidenzwerten, die etwas höher sind, trotzdem gesellschaftliches Leben ermöglichen, weil es einfach nicht mehr das widerspiegelt, wie es alles vor einem Jahr war, aus der eigentlich diese Idee dieses Inzidenzwertes stammt. Ich glaube, da muss sich einiges noch dran verändern. Wir auch als FDP setzen uns dafür ein, haben auch hier bereits neue Berechnungsvorschläge eingebracht und hoffen nun, dass wir nun auch andere Menschen noch davon überzeugen können, dass diese Berechnungsgrundlage, wie sie bisher der Fall ist, einfach nicht mehr derzeit angemessen ist. Ich hoffe, das hat Ihre Fragen soweit beantwortet. Wenn Sie noch weitere Informationen haben möchten rund um unsere Arbeit oder auch noch weitere Meinungen hören möchten zu den verschiedenen Punkten, schreiben Sie mir gerne einfach. Ich stehe jederzeit für Sie zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.